Musik ist etwas ganz Tolles und auch etwas ganz Wichtiges für ein Kind. Es ist genauso wichtig wie Rechnen, wie Mathematik zum Beispiel. Es beflügelt die Fantasie, es öffnet die Seele. Ein Kind lernt mit seinen Emotionen zurecht werden. Gute Startbedingungen für Kinder, das wünschen sich wohl alle. Doch auch in der Schweiz ist das nicht überall selbstverständlich. In den grösseren Schweizer Städten gibt es Quartiere mit höchsten Sozialbelastungsfaktoren. Hier wohnen Familien, die mit den elementarsten Lebensfragen kämpfen. Da hat Musikunterricht der Kinder keinen Stellenwert. Holla, hoppla, holla, hoppla, holla, hoppla, jetzt komm ich. Lass uns die Bewego, nur stehen. Holla, hoppla, holla, hoppla, holla, hoppla, jetzt komm ich. Oh, Woto, Maka, Woto, Maka, schmure der Wolle mit mir. Die Lehrkräfte der Jeki-Kinder bestätigen, dass im gemeinsamen Singen und Musizieren die Kinder ein gesteigertes Selbstvertrauen entwickeln und auch ihre Auftrittskompetenz verbessern. Somit erreichen sie eine verbesserte Chancengleichheit in ihrer emotionalen wie auch intellektuellen Entwicklung. Jeki kommt jenen Kindern zugute, die auch Anspruch haben, dass sie in ihrer Musikalität und in ihrer Kreativität gefördert werden. Unser Programm Jedem Kind ein Instrument haben wir 2011 gegründet. Jedem Kind ein Instrument bedeutet, jedes Kind soll die Chance haben, ein Instrument zu lernen. Die Kinder können wählen zwischen verschiedenen Instrumenten, die wir anbieten. Das ist nicht unser gesamtes Portfolio, das wir sonst haben, aber es ist doch eine schöne Auswahl an Instrumenten. Das Programm setzt sich zusammen aus zwei Modulen. Das erste Modul sind Singklassen, das heißt, die Kinder erhalten Singunterricht in den Primarschulen. Dieser Unterricht ist normaler Musikunterricht, der zusammen mit einer Musikschullehrkraft und einer Klassenlehrkraft gegeben wird. Die Klassenlehrkraft hat so die Chance, das Singen auch die ganze Woche über mit der Klasse zu praktizieren. Man kann also auch eine Mathematikstunde mit einem Lied beginnen, zum Beispiel. Das Singen ist für uns Grundlage für jede Folge. Viele Lehrkräfte wünschen sich, dass die Kinder wirklich zuerst über das Singen Erfahrung sammeln und dann ein Instrument erlernen, weil sie dann eine konkrete Vorstellung haben, wie Musik tönt, wie Musik klingt. Das zweite Modul, das wir haben, ist der instrumentale Kleingruppenunterricht. Dort können die Kinder wählen zwischen verschiedenen Instrumenten und bekommen einmal die Woche Unterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen. Ergänzend dazu gibt es den Unterricht im Ensemble Kunterbund. Das ist ein Ensemble, wo die Kinder von Anfang an lernen, zusammen zu spielen. Hierki Bern ist ein beeindruckender Erfolg und ein ausgezeichnetes Beispiel davon, wie man das Beste von den bereits in Europa existierenden Programmen integriert und zugleich das ganze Konzept auf die Berner Sprache übersetzt. Auf Schweizer Ebene hat Jeki Bern schon einen nationalen Preis gewonnen, zum 40. Jubiläum des Verbandes Schweizer Musikschulen. Und ich muss noch ganz speziell hervorheben, dass Jeki Bern den weltweiten UNESCO-Empfehlungen für die musikalische und kulturelle Bildung perfekt entspricht. Ich wünsche jedem Kind, dass es Musik erleben kann und dass Musik ein Teil seines Lebens ist. Und es freut mich vom Herzen, dass es die Stiftung Jeki Bern gibt und dass es inzwischen so erfolgreich geworden ist. Erinnere warte, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020